Das sind verschiedene Dinge. Es gibt natürlich erstmal persönliche Themen, die man so hat, wo man sagt, klar, ich möchte mich vielleicht auch wieder verändern, ich komme aus einer ganz anderen Branche. Und dieser neue Blickwinkel hat mich sehr stark interessiert. Da wollte ich auch selber etwas Neues kennenlernen und Dinge, die ich woanders erfahren habe, mitbringen und hier zur Anwendung bringen, weil ich überzeugt bin, dass meine Erfahrungen hier zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut reinpassen. Und zum Zweiten hat mich eigentlich auch schon in den ersten Gesprächen immer wieder überzeugt, wie Herr Geiger bzw. das Unternehmen dargestellt hat, wie sich mir Marco mir gegenüber dargestellt hat. Was die ersten Eindrücke, die ich auf der Webseite gesehen habe, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, hat mich alles überzeugt. Also im gesamten Paket, ja. gir. H! H! H!